Herzlich willkommen in der Herrenstube und heute habe ich wieder was richtig cooles für euch dabei, denn heute reden wir über Ankerkraut. Wenn es dich interessiert, schnapp dir ein Bierchen, mach es dir bequem und wir schauen uns die Sache jetzt gleich ganz in Ruhe an. Bis gleich! Bis gleich! Schön, dass du dran geblieben bist und dich für das Thema interessierst. Und zwar geht es heute um die Gewürze bzw. um die Firma Ankerkraut. Und zwar ist das eine ganz große Leidenschaft von mir. Ich koche extremst gerne. Ich koche gerne sehr hochwertig und sehr viel mit Liebe. Also ich stehe auch schon mal zwei, drei Stunden in der Küche und mache auch alles frisch und handgemacht und das ist einfach so mein Hobby. Und ich glaube vor eineinhalb Jahren bin ich dann auf die Firma Ankerkraut aufmerksam geworden. Das ist, ich glaube, die habe ich im Fernsehen, die habe ich bei, ich glaube, der Höhe der Löwen war es gesehen und bin damals eben darauf aufmerksam geworden und fand die Idee eigentlich ganz cool. Und dann kamen auch so die ersten Produkte auf den Markt bzw. in die Märkte. Also wo das online zu kaufen war, da kam ich noch gar nicht so zu den Produkten, sondern wirklich erst, wo es die dann auch im Supermarkt gab. Und dann habe ich angefangen mit diesen Gewürzmischungen zu kochen. Ich finde, die sind sehr, sehr erlesen, sage ich mal, die Gewürze und Kräuter, die da drin sind und vor allem sehr durchdacht. Und es macht es eben für den Mann extremst einfach zu kochen, denn du musst nicht mehr irgendwie überlegen. Früher war das so, okay, zu dem und dem Gericht passen die und die Gewürze und dann nehme ich die und die Kräuter noch dazu. Und das macht es natürlich auch irgendwo cool, aber darauf hast du halt nicht immer Lust bzw. nicht immer die Zeit dafür. Und das sind Gewürzmischungen, die sehr abgestimmt sind für einzelne Gerichte. Ich nehme sie aber auch für andere Gerichte, tue ich sie einfach zweckentfremden, also z.B. ein Pizzagewürz. Das weiß ich, das bringt ein italienisches Feeling. Das passt auch z.B. gut in Spaghetti Bolognese bzw. in Spaghetti mit Tomatensauce oder sowas rein. Und so gibt es für jede, fast für jedes Gericht mittlerweile ein Gewürz. Bei uns hat sich das echt so ausgebreitet, dass das nur ein Prozentsatz von dem ist, was wir haben. Ich glaube, ich hatte jetzt noch den Anker gehabt, Adventskalender. Wir sind mittlerweile bei 45, 50 Gewürzen angekommen. Also wir haben eine ganz große Schublade voll mit Lasern, die ist jetzt schon übervoll. Und jetzt werde ich die Tage mich dran machen, ein Regal zu bauen für die ganzen Gewürze. Genau, und jetzt dachte ich mir, schnapp einfach mal ein paar und stell euch das ein bisschen vor. Zum Beispiel haben wir hier das Hamburg-Gunpower-Gewürz. Das ist eine Trockenmarinade für Barbecue-Fleisch. Da ist z.B. eben drin Paprika, Meersalz, Rohrzucker, Senfmehl, Knoblauch, Zwiebeln, Pfeffer, Basilikum, Paprika, geräuchert, weißer Pfeffer, Koriander, Thymian, Kumin und Lorbeerblätter. Und da merkt man schon so, hey, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Und wenn man dann auch dran riecht, das ist einfach genial. Also ich koche mega gerne mit den Sachen. Wir haben z.B. hier, was ich sehr gerne habe, ist das Chipotle Chili. Das ist einfach schön scharf, aber eben eine angenehme Schärfe mit Geschmack noch. Also es ist nicht wie irgendwie nur irgendwas, was scharf macht, sondern es hat auch wirklich Geschmack dabei. Und dann muss ich ja sagen, wo ich sehr skeptisch war am Anfang, in meinem Adventskalender war ein Schwarztee Moin Moin, also ein friesischer Schwarztee drin. Da ich aus friesische Wurzeln habe, ist das natürlich für mich, ja, kann man den toppen, kommt man daran an richtig friesischen Schwarztee. Und ja, Ankerkraut hat das geschafft. Der ist auch z.B. recht unbehandelt. Also der ist geschrotet, aber nicht wie in den Teebeuteln so ganz fein gemacht. Eine richtig leckere Sache. Der schmeckt mir wirklich richtig gut. Kann man schön Schwarztee mitkochen mit Kluntjes und Sahne. Fast wie an der Nordsee. Und dann haben wir eben italienische Kräuter, Bratengewürz, eine Pilzpfanne. Und so haben wir einfach unser Sortiment nach und nach aufgestockt. Ah, das mal wieder dazu gekauft, das mal wieder dazu gekauft. Und jetzt kochen wir eigentlich ausschließlich mit den Sachen von Ankerkraut. Das ist wie gesagt, das ist mega lecker. Also es ist wirklich so, dass du sagst, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Da steckt Herzblut mit drin. Auch wenn das mittlerweile eine riesengroße Firma ist, sind die Produkte doch so detailliert und so ausgeklügelt, dass es wirklich schmeckt, damit zu kochen. Genau. Das war eigentlich schon das Video für heute. Ich wollte euch eigentlich nur kurz die Sachen von Ankerkraut vorstellen. Wenn du noch Fragen hast, schreib es mir doch einfach unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben, abonniere hier meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann verpasst du kein Video mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Herrenstube. Bis dahin, alles Gute. Ciao.